You can't say, keep up, no I've got so much left to say, I'll say my words Einen flauschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal In dem heutigen Video sehen wir uns den kompletten neuen Battle Pass der neuen Kapitel 2 Season 2 an So, ein neues Logo ist drinne Und das ist der Trailer, den haben wir gesehen, könnt ihr auf meinem Kanal gerne noch ansehen, wenn ihr wollt Oh, sehr schön Moment, erstmal zurück, was haben wir denn hier, okay Das Outfit, Item Shop Okay, hier hat man jetzt einen Battle Pass, alles klar So 20.000 EP bis Level 2, okay Battle Pass Oh, der ist auf 1 Moment, erstmal Battle Pass kaufen Bei Battle Pass Kauf bestätigen Sehr schön Alles klar Yo, wahrscheinlich Und Agent Charlie Erstmal ausrüsten Einen fordern So Was haben wir hier so alles? Neun Emote Okay, der ist geil Kann man den irgendwie nochmal erneuten? Okay Was haben wir hier? 100 V-Bucks So das nächste, was haben wir hier? V-Bucks, bla 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 Ein Hängegleiter wahrscheinlich Okay Protos Dann eine Spitzhacke Ah, zweites Outfit Okay, man muss sich anscheinend doch nicht für hell oder dunkel entscheiden Sehr schön Für alle kostenlos Dann gibt es neuen Skin unten Ah, ja So, was haben wir hier? Okay, das vom Teaser Richtig wird Okay Die Hacken Diese Cuts aus den Teasern Und Die Musik ist ja mal mega cringe Ah, hier Der Gleiter Und Dude, dude So Hier haben wir Eine andere Variante Okay Und den nächsten Skin Dann haben wir hier Spitzhacke Und einen Gleiter Okay Standardmäßig Von der Banane So Haben wir hier Einen neuen Emote Okay Und der Level 100 Skin Midas Aus den Teasern Okay Sehr, sehr Fresh So Herausforderung Ach Ach Gott Güte Ach Gott Güte Lande Bei Okay Die Challenges Werde ich jetzt Erstmal alle gleich Machen Dann Wettkampf Spint Agent Charlie Irgendwie ist das hier Ein bisschen Hochgestellt Okay Ansonsten Leute Man sieht das hier Aus Season 1 Noch Okay Aktualisiert sich Wahrscheinlich Immer Okay Ich würde sagen Das war es Jetzt Vom Video Ich hoffe es hat euch Gefallen Wenn ihr Lasst eine positive Bewertung da Wir sehen uns Eventuell heute noch Oder am Freitag 5 Uhr Zum neuen Video Haut rein Und ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020